Scheinen, noch nicht. Jetzt kommen die letzten Reihen. So, Abend zusammen. Mein Name ist Raswan. Ich werde jetzt gleich euch mal kurz durch das Ganze durchführen, beziehungsweise nachdem wir diesen Part mit Orga machen, dann auch einmal schauen, wer das Trikot gewonnen hat. Und zwar, eure Mikrofone sind ausgeschaltet. Bitte berennt euch mit Vor- und Nachnamen für diejenigen, die noch nie da waren. Entscheidet selber, ob die Kamera an oder aus ist. Idealerweise ist sie an. Dann schreibt im Chat tatsächlich nur Fragen, die zum Training sein sollen und fokussiert euch auf das Training. Das Ganze wird aufgenommen. Ihr werdet aber nicht zu sehen sein. Das sind die in Kurz- und Schnelldurchlauf einmal die Sachen, die ich habe. Und jetzt machen wir es vollermaßen. Und zwar, es gibt noch ein Trikot. Also, wir haben die Liste. Viele Trikots wurden von den jüngeren Jahrgängen, die bei beiden jüngeren Jahrgängen mitgemacht haben. Es gibt ein Trikot, und zwar das Nürnberger Trikot von den Falcons, das man noch verlosen kann. Das wird man hier. Es gibt 13 Leute, die da Anwärter sind. Und jetzt schaue ich mal meine digitale Würfel. Ich mache mein Bildschirm erst mal frei. So, und zwar, Würfelnummer, ich mache es nochmal, komm. So, sechs. Die Karte, du kannst mir sagen, wer der Sechste in der Liste ist, müsste der Dritte von der Zweiten Liste sein. Wir werden es am Ende dann Bescheid sagen. Also, am Ende sagen wir euch Bescheid, wer die Nummer sechs war und wer dieses Trikot von Nürnberg mit den Unterschriften, also mit den Unterschriften. Tobias Neubert. Tobias Neubert, Glückwunsch. Tobi, du hast ein Trikot von Nürnberg gewonnen. Schick mir deine Adresse, dann werden wir dir das zuschicken. Und jetzt habe ich die große Ehre, wieder einen altbekannten Trainer aus Bamberg, von Rose Bamberg. Danke, Justinas, dass ihr heute da seid und viel Spaß. Ja, hallo zusammen, danke für die Einführung. Heute sind wir da, Rose Bamberg. Es ist nochmal wieder schön dabei zu sein und das Online-Training zu machen. Ja, ohne große Verzögelung würde ich sagen, dass wir gleich anfangen. Für das heutige Training brauchst du natürlich Wasser zum Trinken, für ein paar Übungen. Einen Ball, der auch Basketball, Fußball oder Handball, Volleyball sein kann oder auch Softball. Und ein Handtuch oder eine Plastiktüte, okay. Du hast noch ein bisschen Zeit, die Sachen zu holen. Und jetzt ganz kurz erkläre, wie das einfach alles aussieht. Am Anfang machen wir immer kurzes Aufwärmen und das ist genug, dass der Körper auch hart zu machen. Dann machen wir ein paar Übungen für unsere Arme, Hände und dann gehen wir zu einer interessanten, komplexen Übung. Wir werden viele Sprünge machen und zusammen mit den Reaktionen und Koordinaten kommen, okay. Das wird dann am Schluss sein, okay. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und dann denke, du hast schon eine Plastik, einen Ball und ein Handtuch bzw. eine Tüte dabei. Und dann können wir schon losgehen, okay. Für die erste Übung legst du deine Plastik, also da weg von dir, zwei, drei, vier große Schritte, okay. Je nachdem, wie viel du Platz zur Verfügung hast, okay. Und erste Übung, du rennst nach vorne um die Flasche und die Ballkreise wieder zurück, Ausnahmposition aufzunehmen, okay. Und wieder starten, okay. Du machst deinen Tempo, du machst deinen Tempo und wenn du zurück bist, eins, zwei Sekunden warten und dann schnell anzukommen, okay. Wieder zurück, Ausnahmposition, okay. Also dein Tempo, wenn ich sage, los ist los, wenn ich sage, Schluss, Ende, dann ist nächste Übung, okay. Drei, zwei, eins und los. Einfach los, Ausnahmposition, okay. Oh mein Gott. Und wieder ausnahmposition, so. Schau so, dass dein Körper tief ist, okay. Knie, Knie gebunden, Rücken gerade, Blick nach vorn, wie du versuchst, in den Ballkreisen, um die Flasche zurückzunehmen, in und hier zu laufen. Und noch mal. Okay, jetzt machen wir in die andere Richtung, ich habe jetzt gerade rechts gemacht, jetzt machen wir nach links. Okay, drei, zwei, eins und go. Knie, zwei, 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 eins und go. Knie, ich laufe, ich laufe einmal nach vorne, Ballkreisen, komme zurück, Ausnahmposition, zweimal Ballkreisen und andere Richtung, okay. Knie, und dann die andere Richtung. Einer, nach links, zurück, Ballkreisen und dann nach rechts, okay. Gut. Wenn du das verstanden hast, drei, zwei, eins und go. Drei, eins, zwei und nach links. Ballkreisen und nach links. Das war's für diese Runde. Ja, so ungefähr laufen wir in die nächste Runde. Wie geht es, dass das durch tief und stabil wird. Okay, wenn wir noch vorwärts laufen, wir laufen mit dem Ball durch den Bein, okay. Und dann rückwärts zurück, okay. Nach vorne, in die Flasche. Und dann rückwärts zurück, okay. Ich fange mit rechts. Weil es los ist los. Weil es endet, dann ist das nächste Runde. Drei, zwei, eins und go. Zwei, nicht vorbier, kontrolle. Und noch mal. Und noch mal. Und das letzte Mal nach rechts. Okay, gut. Gut und stopp. Und das gleiche in die andere Richtung, die ihr nicht zu einer Runde seid. Okay. Drei, zwei, eins und go. Okay. Und noch mal. Und weiter. Du kannst deinen Tempo machen. Okay. Mal schnell, mal langsender. Immer in der Bewegung bleiben. Okay. Gut. Das war für die, für diese Übung. Und du legst du deine Flasche weg von deinem Körper. Okay. Weg von deinem Körper. So, dass du, dass du einen Tal, einen Tal berührst, um die Flasche drauf zu rücken. Berührst du, um die Flasche drauf. Berührst du, um die Flasche drauf. Berührst du, um die Flasche drauf. Okay. Das machen wir 20 Sekunden pro Seite. Okay. 20 Sekunden pro Seite. Okay. Nochmal. Ball berührst du, um die Flasche drauf. Wenn du das verstanden hast. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Und los. Ich gucke nochmal. Ball berührst du. Schau so, dass die Füße breit sind. Die Füße breit sind auseinander. Die Körper. Stief. Basketballposition. Ball berühren. Ball berühren. 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. Wechselst du die Seite. Okay. Nochmal. Jungs und Mädels. Wichtig ist, dass dein Körper ist tief. Die Lage. Anstatt Rücken. Ich nur hier. Binde deine Knie. Basketballposition. Knie binden. Rundlaufen. Okay. Rundlaufen. Okay. Knie binden. Rundlaufen. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Knie binden. Rücken gerade. Knie binden. Richtig sauber. Gut. Die Heilung. Kleinen Platz mit dem Wagen. Gut. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Und schluss. Okay. Wieder beitauschen. Okay. Jetzt. Richtig. Der Körper ist tief gelangen. Okay. Und jetzt mache ich Balltatschen. 1, 2, 1. Brauchst du das richtig um die Flasche hier. Mit dem kleinen Punkt. Balltatschen. Um die Flasche. Du hast das richtig. Um die Flasche. Okay. Balltatschen. Okay. 20 Sekunden. 3, 2, 1. Erzählung. Mach dein Tempo. Mach dein Tempo. Gut. Gut. Ballblühen. 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. Bis zu Ende. Bis zu Ende. Die Seite verragen. Andere Seite. Gut. So. Gut. Und das Gleiche. Sprung nach links. Ball anfassen. Sprung. Ball anfassen. Okay. 3, 2, 1. Und go. Wir wollen springen. Wir wollen richtig um den Ball springen. Um die Flasche. Tief bleiben. Abstand zwischen Füßen. Abstand zwischen Füßen. Und Zeit. Abstand zwischen Füßen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Gut. Die nächste Übung. Die Flasche bleibt an deinem rechten Fuß. Du läufst seitlich um die Flasche. Schnappst du den Ball. Fortspring. Ball auf die Bohnen. Um die Flasche. Drück. Ball schnapp. Auf die Bohnen. Wieder zurück. Rück. Ball auf die Bohnen. Ball auf die Bohnen. Nach vorne. Bist du bereit? 20 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Schnapp. Hoop. Unde Flasche. Hoch. Unde Flasche. Blasche nach der. Unde Flasche. Hals zurück. Hoch. Unde Flasche. Blasche. Unde Flasche. Okay. Nummer 5. 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Auf geht's. Seite. Let's go. Kurze Pause. Gut. Das gleiche mit linder Seite. Gut. Kurze Ruhnen. Kurz zurück raus. Und. 3, 2, 1. Und go. Beine Flasche. Hoch. Wieder gut rein. Hopp. Und jetzt. Und wieder gleich. Liegen. Du brauchst schnelle Hände. Du brauchst schnelle Hände. Wasch. Schnapp. 5, 4, dann 2, 1. Und Schluss. Okay. Gut. Bis jetzt. Kurze Drinkpause. Und dann geht's zum anderen Rücken. So. Deinem Handtuch. Vorbereiten. Nicht nur auf Schwarz. Zwischen. Okay. So. Ganz einfach. Ganz einfach. Die Hände. Mit der Hände. Also Handtuch liegt. Gleich an den Zehenspitzen. Mit der Hände runter. Und auf vorne schieben. Zurück. Liegestützposition. Liegestütz. Liegestütz. Und zurück. Okay. Machen wir die Seite von hinten. Dass du das siehst. Okay. Hände nach unten. Schieben. Liegestütz. Und zurück. Okay. Das machen wir 20 Sekunden. Mach deinen Tempo. Das kann auch 2. Das kann auch 3. Das kann auch 10 Wiederholungen sein. Wenn du die auch schaffst. Also mach deinen Tempo. 3. 2. 1. Und go. Da vorne. Und hier gestütz. Und zurück. Nach vorne. Gut. Noch 10. Und nochmal zurück. 5. 4. 3. Die nächste Übung, wieder für die Arme und dann für das rechte Arm, für das rechte Arm, Gliederstück, zur Seite schieben, zurück, Gliederstück, zur Seite, ohne Warten, zurück, Gliederstück, okay, zur Seite schieben, zurück, Gliederstück, okay, und in 3, 2, 1 geht's los, und go, 20 Sekunden, zur Seite schieben, zurück schieben, go, okay, noch eine Ruhe, noch 5, 4, 3, 2, 1, und die andere Seite, bereitet dich für die andere Seite, kurze Pause, und in 5 Sekunden geht's los, für die linke Seite, 5, 4, 3, 2, 1, und go, und zurück, 10, 5, 4, komm, weiter, 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 weiter machen, 3, 2, 1, und go, good job, und die letzte Übung, für die Arme, so, der Ball liegt in der Mitte, du legst dich über den und den Ball, und mit beiden Händen, du musst du um den Ball, zur Seite, so 45 Grad, und wieder zurück, um den Ball, klettern, und wieder, so, okay, und noch mal, glücker gerade, um den Ball, und so weiter, okay, also 20 Sekunden, 3, 2, 1, und wieder, 3, 2, 1, und go, die Hände sind weg vom Ball, go, 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 gut, auf jeden Fall, gut, gut, jawohl, gut, jawohl, noch 5, 4, 3, 2, 1, in pharmacistische Hände schüttern. Noch eine Übung. Der Ball ist wieder unter der Brust. Außer Position. Durch den Arm zum Nachschauen. Zurückkommen in die Richtung. Hier abstopfen. Wieder das Gleiche. Und zurücklaufen. Unser Ball zur Seite. Und zurück. Und hier die andere. Okay. Achtung. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und los geht's. Richtig über die Hand zum Dach schauen. Langsam machen. Rücken gerade. Siebenmal oder warten. Rücken gerade. Wichtig. Blick über die Hand zum Dach. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Jetzt brauch ich. Jetzt hast du deine Trinkpause verdient. Ich trinke was und im Laufe dieser Zeit werde ich den dritten Teil erklären. Also wie ich gesagt habe, machen wir für die Sprünge, auch für die Kopfkoordination, auch für Reaktionen und so weiter. Okay. Rösten brauche ich jetzt deine Hilfe. Immer gerne. Du wirst vier Farben sehen. Also die Übungen hast du schon früher gemacht. Ganz sicher. Okay. Also die Farben haben eine Bedeutung. Die haben Richtung. Okay. Also grün ist immer vorwärts. Blau ist immer zurück. Okay. Rot ist immer nach links. Und gelb ist immer nach rechts. Okay. Wir haben drei Levels. Okay. Wir haben drei Levels. Jede Level ist unterschiedlich. Aber das werde ich ganz euch erklären. Okay. Und das. Zum Beispiel beim ersten Level haben wir die Sprünge, zweibeinige Sprünge. Vorwärts. Rückwärts. Blau. Nach rechts. Gelb. Zwei Beine. Okay. Und nach links. Zwei Beine. Okay. Du hast immer Ausgangsposition. Immer in der Mitte. Okay. Und du kommst immer aus dieser Mitte. Zwei Beine in dem Sprünge. Und wieder zwei Beine zurück in die Mitte. Okay. Und dann kommt die nächste Farbe. Okay. Gut. Also du kannst kurz die Farbe zeigen. Okay. Nochmal. Nach vorne. Grün. Links. Rot. Gelbes. Rot. Gelb ist rechts. Und blau ist rückwärts. Zurück. Das erste Level. Das erste. Das erste Level. Erste Runde vom ersten Level ist. Zwei Beinig. In und hier. Stringen. Okay. Wenn du bereit bist. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und go. Zwei. 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 Zwei Doh! Dann noch eine. So, und dann, schon schneller, ein bisschen drücken, ein bisschen drücken, an den Weichen von Seiten. Jetzt kommen wir doch mal eine Runde rückwärts. Level 1, Runde 2 ist alles mit dem Ball. Zwei Beine nach vorne springen, Ballkreise zurück. Okay, immer beim Sprung Ballkreisen, okay? Drei, zwei, eins, und kann es loslegen. Okay. 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 Das war das zweite Level. Jetzt gehen wir zum dritten Level, zum zweiten Level. Und es wird ein bisschen schwieriger, komplexer. Du hast wieder einen Ball. Du springst immer die gleiche Sprünge. Das machen wir ein Bein hier jetzt immer. Nach vorne. Mit einem Bein. Zurückspringen mit zwei Beinen. Kleiner Beine. Kleiner. Einbeinig. Zwei Beine. Kleiner. Okay. Zur Seite das gleiche. Und. Rückwärts zusammen bis gleich. Einbeinig absträngeln. Zwei Beine. Kleiner zurück. Okay. Du hast Zusatzaufgaben. Manchmal. Dieser orange Kreis ist ein Symbol für Ball. Wenn du das siehst. Du musst immer mit dem Ball schnappen. Und das gleiche mit dem Ball. Okay. Wenn du dieses Verbotschild siehst. Das heißt, du musst den Ball irgendwo ablegen. Okay. Und weiter ohne Ball. Okay. Ich denke, du hast schon verstanden. Also die Farben bleiben gleich. Die Sprünge sind einbeinig. Und zwei Beine zurück. Okay. Und. Die Übung wird mit dem Ball oder ohne Ball zurückgeführt. Okay. Gut. Wir lassen uns ein bisschen bereit. Dann geht es los. Wir gehen. Drei. Zwei. Eins. Zurück. Und. Und. Gut. Und. 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 Liebe Gott, meine Trä이는, meine Trätschülle, Ich bin schädig auf mich. Ich bin schädig auf mich, in der ich bin schädig auf mich. Ich bin ich schädig auf mich. Ich bin ich schädig auf mich. Eine Runde machen wir noch für 2. Level, ok, jetzt noch Schmerzungkeit, jetzt mit Springen, wieder das gleiche, mal ohne Ball, mal mit dem Ball, ein Bein springen, abspringen und ein Bein zurücklanden, ok, immer das andere Bein, und wieder zurück, nach rechts, nach links landen, gut, wenn du bereit bist, wieder das gleiche, ein Bein hin und ein Bein zurück, ok, wenn du bereit bist, 5, 4, 3, 2, 1, und go. Pause, und gehen und falschen, einmal das gleiche completed und wsch Castleed. Ingenieur 쫓igen, zwei, zwei, ganz schön, überall das gleiche ges użyte, Jetzt heißt das, dich nennen gleiche, Oh Halt, hol dir das. Bahn wieder weg, Bahn weg. Leg, leg, leg. Okay, Schatz, gut. Kurze Drehpause, kurze Drehpause, dann gehen wir zum letzten, dritten Level, okay, davor mussten wir eine gute Drehpause machen, jetzt wird es sparen, okay, das dritte Level besteht aus gleichen Sprungen, was wir am Anfang gemacht haben, jetzt machen wir die aber im Drehen, okay, also ich springe hin und zurückdrehen, zu Seiten und zur Seite, wieder zurückdrehen, einfach zwei Beine, zwei Beine im Anderen, okay, du hast aber zwei Zusatzaufgaben, wieder mit Bahn oder ohne Bahn, lasen wir Ihnen ganz kurz zeigen, also das, wenn du das Symbol vom Ball siehst, du musst wieder den Ball schnacken, wenn du ein anderes Symbol siehst, dieses Verbot-Symbol mit einem Unterschrift, hier steht zum Beispiel Küche, ja, dann musst du schnell wirklich den Ball, den Ball in die Küche bringen und wieder zurückkommen, okay, und weitermachen, ohne Bahn, und sobald du wieder das Symbol vom Ball siehst, musst du wieder zurückdrehen und wieder zurücklaufen, okay, also das kann auch Küche sein, Wohnzimmer, Badezimmer und so weiter, okay, einfach aufpassen, was unter dem Verbot-Symbol steht und dann einfach, einfach springen nach vorne, zurück zur Seite und zur Seite wieder drehen, okay, bist du bereit? Drei, drei, zwei, eins, ohne Bahn und go! Bade schnappen und wieder in die Küche bringen und zurückkommen, und weitermachen, ohne Bahn, ohne Bahn, weitermachen, und zwischen links legen, links nehmen, rechts stellen, rechts stellen... Bill bedeutet, du bist in die theological Explosion, also du bisschen Sch suas undounterökbsstiz sagst, Okay, zwei Sekunden, kurze Zwischen-Springen. Begge, 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 beide Sekunden, beide Sekunden. Wieder nach vorne rückwärts, nach links, springen, 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 sieht gut aus. Sehr gut, wieder der Ball, wo ist der Ball, wo ist der Ball? ICH VELE STAND. ICH VELE STAND. ICH VELE STAND. Mal wieder zurück, und gut, so schnell, 1-2-1-2-1, wir machen anlegend, und wieder zurücklaufen. So weiter machen, kleine Zwischensprünge, und wieder zurück, nach rechts, nach vorne, und ruhig, und ruhig, und ruhig, und ruhig. Auf jeden Fall, nach rechts, nach rechts. und dann wieder zurück. Und das gleiche Hohenzimmer. Okay, wieder zurück nach vorne, zurück, zurück nach vorne, sehr gut. Weiter geht's, weiter geht's. So, dann wieder, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Der Ball ist nach vorne. Weiter springen, weiter springen. Nach rechts, nach links und so weiter. Bisschen spüren hier. Wieder fahren. Gutausch. Gutausch. Oh, wieder geht's hier, wieder geht's. Ich muss das nicht wieder gehen. So, mal so schnell. Wurstaun. Hey, wieder nach rechts. Puh, geschafft. Okay, das war's für diese Übung. Jetzt machen wir noch ein, ich hoffe, du hast sehr gut aufgepasst. Wir machen noch ganz kurz den Cooldown. Ganz kurz. Wir haben viel gerade für Beine gemacht. Einfach hinlegen, einfach hinlegen. Unterarm, Stützen. Füße oben halten. Bisschen Spannung im Bauch halten. Bisschen beide Füße bewegen. Auflegen. Auflegen. Mit der Hände zu. Zehenspitzen. Ein Bein nach vorne. Bisschen bewegen. Aufschliegen. Das ist das andere Problem. Ich habe bemerkt, dass es schon ein paar Kinder im Training gab, die auch vor circa eine Stunde gemacht haben. Deswegen bitte ich die einfach still zu bleiben und nichts schneiden. Und alle anderen, die nicht im Training vorher waren, also heute. Ich habe eine Frage, ob ihr aufgepasst habt. Und einfach einer Frage, was fehlt euch ein? Gibt es was, was euch aufgefallen ist? Oder habt ihr was bemerkt? Jetzt bin ich richtig gespannt, ob ihr was bemerkt habt bei Justinas. Also was da passiert. Natürlich die Leute, die jetzt letztens, denen ihr auch dabei waren, die sollen nichts sagen. Aber ich bin richtig gespannt, ob ihr während eurer Übungen noch was bemerkt habt. Trikot gewechselt kam von Moritz. T-Shirt gewechselt von Lukas. Er hat seine T-Shirts gewechselt. T-Shirts, T-Shirts, weißes T-Shirt. Von Max aus München. Ich denke, die Jungs waren schon sehr wach und sehr konzentriert. Ja, sehr gut. Und eine Frage noch, welches, ja, das ist richtig, ich habe die Trikots gewechselt. Welche Farbe hatte ich insgesamt an? Also ich hatte, ja, stimmt, ich habe die Trikots gewechselt. Und welche Farbe hatte ich an? Also Kaya sagt drei Farben, rot, weiß, schwarz. Rot, weiß, schwarz. Rot, weiß, schwarz. Rot, weiß, schwarz. Ja, ich hatte einmal noch grün, aber das sieht dunkel aus. Und ja, gebe ich direkt, das sieht vielleicht wie schwarz aus. Aber das war auch grünes T-Shirt. Gut. Und welches Trikot hatte ich am Anfang? Brauchen wir mal eine Frage. Jetzt bin ich richtig gespannt. Rot, 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 weiß. Okay, Moritz meinte weiß, alle anderen rot. Gut. So, löse es auf, Justinas. Was hast du für ein Trikot gehabt? Weil es scheinen ja mehrere Farben zu sein. Also ich hatte das Rotte T-Shirt am Anfang. Dann habe ich zum Weiß gewechselt, beziehungsweise das Weiße drauf gemacht. Und dann grün angemacht. Und am Ende, wie ihr seht, schon sitzen schwarz. Also gut, dass ihr aufgepasst habt. Heißt auch, dass ihr... Ja, also ganz gute Sache, wo ihr euch angekommen seid. Wir haben viele Übungen auch heute gemacht, die Konzentration. Wir haben versucht, ein bisschen mit dem Athletik zu verbinden. Ja, ich denke, hat das auch für dich persönlich auch Spaß gemacht. Für mich auch. Und hoffe ich, dass wir in der kommenden Zeit auch... Wir werden auch nochmal sehen. Ja, und das war's von meiner Seite. Heute schon ein Grüße aus Bamberg und gebe ich weiter an Rasa. Danke, Justinas. Danke, Rose Bamberg, dass ihr uns so ein interessantes Training habt. Ich freue mich auch, dass die Informationsaufnahme bei vielen Kindern gut war. Ich zeige euch, wie es weitergeht. Also tatsächlich geht es weiter bis im Januar hinein. Auch über die Winterferien. Also auch in den Ferien wird es Training geben. Und zwar, die Vereine haben gesagt, da es wenig Hoffnung auf Urlaub gibt. Also außerhalb machen wir weiter. Also es wird viermal die Woche das Training stattfinden. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dienstag gibt es immer eine Challenge. Und das bis zum 10. Januar hinaus. Morgen ist die Challenge von S. Oliver. Dann am Mittwoch für diese Gruppe 181845 von Jan München. Seid dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Ciao. Also bis Mittwoch.